Servus und Herzlich Willkommen auf dem YouTube Kanal der absolute Hammer. Heute ein kurzes Tipps und Tricks Video. Mein alter Anycubic i3 Mega druckt nicht mehr so sauber und da Anycubic immer ein Ersatz Hotend dazu liegt, tauschen wir das einfach aus und sparen uns dadurch erstmal die Reinigung. Viel Spaß beim Zuschauen! Zuerst müssen wir auf der Rückseite vom Druckkopf die beiden Schrauben links und rechts unten lösen. Dann drehen wir den Drucker um und entfernen die beiden Schrauben vorne links und rechts oben. Dann fällt uns die Abdeckung praktisch schon in die Hand. Achtung, sie ist über die Kabel der Lüfter weiter mit dem Drucker verbunden. In meinem Fall sollte der Druckkopf jetzt etwas weiter oben sein, dann würde ich mich leichter tun. Daher stecken wir den Drucker kurz an und fahren die Z-Position des Druckkopfes um ein paar Zentimeter nach oben. Ich stecke oben noch den Stecker vom Kabelstrang ab, so komme ich besser an die Schrauben ran. Ist aber kein Muss. Wer möchte, kann unten noch die beiden Lüfter abstecken, sollte sich aber gut merken, wo er dann wieder welchen Lüfter anzustecken hat. Denn das Vertauschen von Lüfter und Temperatursensor kann fatale Folgen haben. Und ja, die Stecker würden passen. Oben um den PTFE Schlauch sind vier Schrauben, die entfernt werden müssen. Dann kann die Metallhalteklammer vom Hotend entfernt werden. Dann zieht man den PTFE Schlauch aus der Kupplung beim Extruder und fädelt den Schlauch aus den Kabelbindern oder sonstigen Haltern, die ihr entlang des Kabelstrangs habt. Abstecken von Heizpatrone und Temperaturfühler nicht vergessen und dann könnt ihr schon das alte Hotend nach unten entnehmen. Eventuell ist noch ein Kabelbinder um die Kupplung des PTFE Schlauchs. Den könnt ihr einfach wegzwicken, falls er stört. Das alte Hotend ist nun ausgebaut. Als erstes stecke ich noch eine Silikonsocke über das neue Hotend. Das ist kein Muss, aber ich finde es so besser. Bitte kontrolliert, ob der PTFE Schlauch auch komplett im neuen Hotend steckt und wenn nicht, schiebt ihn bitte bis zum Anschlag rein. Das ist wichtig, damit sich drin kein Filament sammeln kann. Nun stecken wir das Ganze von unten in die Halterung und schieben die Haltekammer drauf. Diese befestigen wir mit den vier Schrauben wieder von oben. Dann stecken wir Temperatursensor und Heizpatrone wieder an. Diese können wir nicht verwechseln, weil es unterschiedliche Stecker sind. Von vorne gesehen links stecken wir den Temperatursensor an und ganz rechts kommt die Heizpatrone. In der Mitte sind die beiden Lüfter. Dann noch die Schrauben wieder rein. Zuerst die von vorne oben. Dann drehe ich den Drucker und montiere die beiden unten links und rechts auf der Rückseite. Dann noch den Kabelstrang wieder am Druckkop anstecken und den PTFE Schlauch durch die Halterungen fädeln. Nun muss er noch am Extruder angesteckt werden und dann war es auch schon. Das alte Hotend ist nicht kaputt, sondern kann bei Gelegenheit gereinigt und wiederverwendet werden. Nun hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr lasst ein Abo da, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und lasst doch einen Daumen nach oben da. Ciao Servus und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.